T-E-S-C-H-H, die Aufnahme genommen, am Stand. Hey, what up? Ich weiß nicht, ich fand das im Russisch einfach, als wir das da hatten, im... Okay, talk. Und dann hat sie gesagt, was ist denn das... Alter, was ist das denn? Ich kam da nie mit klar zwischen Sch-Sch-Sch-Sch-Sch, einen Unterschied zu merken. Kannst du sprechen? Oder kannst du mir nur die Hand zeigen? Zeig dir nicht den Mittelfinger. Er kann schreiben. Hi! Fist up, let's fight! Come on, let's fight! Zombie, behind you! Fist up, let's fight! There's a zombie! Yeah, I don't care. Henryk, find mal raus, warum bei mir immer bei allen Spielen... ...mein... ...mein... ...mein Game Voice, das... ...mein Game Voice, das... ...als Stereo-Mix gemacht wird. Weiß ich nicht, weil du im Windows-Standard Stereo-Mix hast. Ja, ich bin K.O. geschlagen! Könnte ich doch im Team-Speaker. Ja, der Zombie soll mich jetzt töten. Ich hab keinen Bock, ich bin ja mitten im Berizin, oder? Aber ich kann, glaube ich, es geht, glaube ich schneller, wenn ich da hinten runter stehe. Und doch, du kannst im Team-Speaker ja einstellen, im Team-Speaker kann ich ja auch das Mikrofon von meiner Webcam einstellen, auch wenn ich in der Webcam nicht das Standard-Ding ist, weißt du? Ich denke, im Windows ist bei dir Standard-Aufnahme-Geräts-Speaker. Ja, ich hätte aber nie gedacht, dass das so ist, dass das mit mir. Oh, hier ist ein Spieler. Wir haben ihm ein Smicken ins Gesicht, dann fällt er um. Er hat sich hingelegt, er liegt vor mir, er hat eine Feuerwehr. Ich hau ihn gerade. Jetzt krabbelt er los. Oh, oh, er hält den Feuer los, er holt mich! Hau ihm ins Gesicht, hau ihm ins Gesicht! Was ist das wieder für ein Spiel, einmal mit Feuerlöscher-Gaun und mit K.O.? Wenn er nicht ins Gesicht trifft, geht's recht schnell, da. Habe ich doch auch fünfmal gemacht, ach, kuck. Naja, wir enden, ja. Wenn ich neue Joine bin ich ja tot, ne? Das, äh, ja, einfach respawnen und respawnen. Oh, egal. Wart auf, Faust. Du musst nicht disconnecten, also bei manchen Servern dauert es bei mir auch ewig, dann muss ich disconnecten. Eigentlich musst du nur Escape und dann respawnen drücken, dann bist du insto neu gespawnt. Ne, ich bin da schon wieder neu gespawnt. So. Äh, ich bin... Ach du heilige Scheiße, das soll mal wer lesen können. Also BP3-Hymno. BP3-Hymno. Da muss ich da so'n Typen grad hinlaufen, ich stürze mich jetzt vom gelben Baukamm. Warum? Weil's hier oben keinen gescheiten Loot gibt. Und dann hoffe ich, der sich näher in Elektros fahren. Warum stürzt du dich da extra hin? Hier sind doch Zombies. Ich weiß nicht, das dauert mir zu lange. Aber deswegen fand ich die Idee ganz cool, mich von sich so'n riesen Baukamm runterzustürzen. Ach, wenn's immer sehr unspektakulär ist, wenn man aufkommt. Ist da noch der andere Typ? Da lag ne Leiche. Oh, ist der gestorben? Oh, das tut mir aber leid. Da lag wer mit ner Schaufel oder so. Ja, ja. Den hab ich K.O. geschlagen. Juhu. Oh lol. Er will nicht hoch. Nein, dann... Nein, nein. Die andere Leiter. Aber ich glaub, da kann man nicht hoch. Scheiße. Komm her, wir machen nen Boxkampf. Ich bin schon so gut wie Tore. Dann muss ich mich erst... Ja, egal. Ja, dann mach. Wir machen Boxkampf. Der Verlierer muss nen anderen Weg finden, zu sterben. Ich weiß nur nicht, ob das fair ist, weil ich schon sehr wenig Blut hab, aber... Okay! Ich seh dich doch da oben aufm Baukran. Kannst du da vorne jetzt nicht runter springen? Nee, das ist Geländer. Und zum ersten Mal, dass das Geländer in DayZ sicher ist, dass man nicht runterkommt. Kannst du jetzt nicht auf der Leiter irgendwie einfach weghüppeln und dann fällst du da runter? Ich versuch's gar nicht. Nee, das geht nicht. Wie scheiße. Ey, ohne Witz, wie scheiße die Animation ist. Bei mir gleitest du einfach da drunter wie so'n Kaugummi im Kaugummi-Automaten. Hast du da übers Feld gelaufen? Ja. Wir wollen noch nen Boxkampf machen, Darni. Ja, ich bin schon wieder. Ja, ich hab außerdem grad nicht mehr anfangen können, ey. Ich bin schon wieder weg. Ja, ja, weg, ja. Oh, du kannst jetzt schon escape und respawnen. Du bist nicht ohnmächtig. Und es bist ein bisschen nicht hoch. Ich respawnen, meine Dine. Hier in die... Ja, genau. Wo soll ich denn da? Wo... Ich bin an einer Stadt. Ein mit einem Hafen. Er Winkel. Burda kommt! Der Sieblespreis. Ich wird die Spawnpunkte auch etwas belemmert. Oh, hier wäre sogar ein richtig guter Rucksack gewesen,owo, ne? welche stadt ist das hier ist kein eingangsschild was mache ich wenn er kein dorf eingangsschild ist nicht wild herumraten hier ist eine schule zu meiner stadt wo bin ich glaube das ist ich sehe da hinten bestes von selber wenn ich jetzt auch wieder so nahe und berizino gesponser laufen wir durch berizino wir könnten zum kleinen erfeit gehen aber das hat echt weniger loot ist irgendwie bei lotta zählen oder sonst was kensinkt kennt das kleine erfide das ist gar nicht dingsrums gibt es halt auch soll ich mich jetzt vom zombie ficken lassen oder nicht ja würde ich sagen dass er selbst bestätigt dass das ich glaube ich bin relativ nahe relativ ich habe jemand gesehen friendly guys are you friendly you wanna fight let's go haupt einfach ab let's fight er rennt einfach dummig herum come on fist up let's fight no why let's fight come on I know you wanted to why because of mortal combat yeah that's right Hendrik I'm in Kuhi I'm in Kuhi oh my god where are you? where are you? C O then so'n Dach M so'n M weiß ich nicht Kuhme kommt nicht mehr der ist so'n Ninshi das ist ziemlich weit so so oder? C O S S O C S S O ja Daniel ich versuch das ja ich bin relativ AAH! ja ich bin der bist so'n Ninshi das ist 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 so'n Ninshi hey you wanna fight come on ja ich glaube jetzt Richtung Elektro da soll ich hin auf dich warten wart auf mich ja ich weiß ja nicht ob du mal überhaupt hier in der Richtung spawnen kennst du eine Orientierung? ja du musst an der Küste entlanglaufen das kriegst du hin Junge chill doch einfach mal der Zombie hat mich grad tot wir waren ja schon mal zusammen ich weiß nicht warum wir da nicht losgelaufen weil von Britta das ist nördlicher geht's nicht nördlicher kannst du nicht spawnen das ist so'n behindert da von dort aus loszulaufen dann hier müsst ihr irgendwo ne ich kann ich mich ja ja irgendwie ausrüsten aber du schon wieder gut gespawnt bist will er gleich ab schon er hat auch erst nur drei Stunden gespawnt na ich du es ist schon gegen mich ich war auch die ganze Zeit hier neu gestartet ne 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 jaa schon jaa oh wow wenn ich gerade das geld ist machen der mann leichen ist aber der sie ist fast dass bald kannst du menschen ist recht locket willst einführen dass du menschen essen kann ich warte immer dass sie vielleicht gegen die dann kann man die wenn ich rede wenn du spielst durch das wichtigste wer hey someone wanna fight oh god hey you wanna fight wie hieß die kack sei es da hallo daisy db ist ab mit zwei mann klopft für den kack in game wo ist es mehr h hat mich geaxtet teal to rex der penner hat mich angeaxtet jetzt blute ich habe ihn k.o. geschlagen seinen rucksack genommen und seine gier genommen dann machst du ein t-shirt kaputt rechts leg ich habe doch schon mein t-shirt genommen sonst hätte ich ihn gleich kaputt wenn er nachmacht kommt also der wollte also zu einem faustkampf kommt der penner mit einer axt es wird nichts zu machen wieso du hast du hast gesagt der zweite gesagt fiss ab nicht nimm die axt in die hand und hau mir damit ins gesicht wo ist er hin ich glaube er ist neu gespawnt okay so so leicht komme ich an den rucksack und essen und trinken da ich so bist du eigentlich habe ich gesagt und so wird es nicht ja ich habe hier meinen kämpfen wo es bleibt es auch vor ja dann habe ich damit dann teile mir jetzt bitte noch einmal leicht und überlotte vielleicht geschossen achso ja gut ja aber lotter ohne waffen ist irgendwo nicht gespawnt oh ich bin tot ich habe nicht mal was gehabt warum töten die eigentlich verstehe ich nicht weiß ich nicht weil die so mit äxten auf leute zukommen und dann mitten ins gesicht hacken das spiel ist noch artiger geworden als als früher gutes Gefühl ich habe ja auch gerade jemanden weggehaxtet der war abtrinken das musste jetzt einfach sein während du schon gesagt hast achst ich habe ja noch was gegessen ich habe aber den bacon vergessen ich habe heute bacon bei dem maxt gesehen wie der in amerika rumgereist ist und die 10 geilsten bacon dinge besucht hat Teilweise war das echt eklig. Bacon sehen will, musst du einfach hier... ...den Food-Kanal da auf YouTube... Wie ist der nochmal? Dein Food-Kanal auf YouTube, der war nichts dagegen, was die da gemacht haben. Ich kenn den Kanal, Alex. Der Typ ist ja von dem und von... ...deren Sendungen da in ganz Amerika rumgearbeitet... ...die fettigsten und krassesten Bacon-Shit. Und das ging nur um Bacon. 700 Gramm Bacon, irgendwie 25 Scheiben Bacon auf dem Cent. Ah, ist ein bisschen viel, ne? Ja, das grübelte überall, alles raus. Das ist hammer eklig eigentlich. Ich hätte es mir ein bisschen genommen, weil es ein bisschen lecker aussah, als er das mal ein paar mal abgebissen hat. Aber davor war das so ein riesiger... ...weiß ich nicht. Ich hätte hier noch einen Rucksack für jemanden. Und eine vergammelte Banane. Da würde die nicht immer mit. Jetzt ist sie bitte nicht. Ich stehe hier im Wasser und kann mich nicht bewegen. Wie? Ich stehe hier, kann mich... ...mein Charakter steht im Wasser, ich kann mich nicht bewegen. Äh, geht nicht vorwärts. Wo bist du denn nur gespawnt? Auf dieser Insel, vor Elektro? Ey, verflügt das nächste Spiel. Aber ich kann mich nicht bewegen. Muss ich das so nochmal reloaden? Und ich darfst die First Person rausgehen. Finde sich komisch, ne? Ich kann auch nicht immer neben meine Leiche, ne? Escape kann ich auch nicht drücken. Nicht mal all die vier geht. Ja, ist bei dir irgendwas mit der Controls irgendwie abgefuckt oder so? Draußen rein tappen? Suche ich gerade. Jetzt geht's ja. Oh man. Ich sehe hier eine Baustelle, Henrik. Dackt, wo ich bin. Pfff, weiß selbst. Du kennst das Spiel genauso gut wie ich. Ich wäre 10 Uhr, wenn der hier oben rechts von dir ist. Ja, auf so nem Hügel. Hinter so nem Sandberg. Ja, genau. Ja, ja. Stirb. Fisch mal. Ich stimmst nicht von näher. Weil du im Norden... Weil Henrik Runders spawnen würde. Der sagt, dass es ist deutlich. Ich spawn dir das achte Mal grad. Ich glaube, noch Bericino macht so raus. Könnt so machen und sonst... Keine Ahnung. Warum soll ich mich jetzt töten? Ist doch gut ausborn. Weil ich über Elektro will. Das ist mir total egal. So spielt man den sie zusammen wieder. Hey, Runders? Hey, Wanna Banana? Ist doch behindert. Pericino ist ne super Stadt. In Städten gibt's kein Loot. Was ist das denn? Ich hab ihm ne verrottete Banane gefüttert. Warum soll's in Städten kein Loot geben? Es ist ein leckeres Banane. Den interessiert der Rucksack-Loot und der Essens-Loot. Oh. Ich kann überleben und alles, was ich sonst... Warum? Waffen? Oh, scheiß Waffen. Das Wichtigste, oder? Ja, willst du dich immer nur in der Banane abwerfen, oder was? Vielleicht versuch ich einfach... Es ist Bullshit, das Item. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Nein, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Henrik, hol dir einen anderen Knopf, das nervt. Du meinst für's Team-Speak? Na, oder für's... Es nervt, dass du hier dauernd mit den Leuten im TSB redest, die gar nicht da sind. Tut mir leid. Nächstes Mal, indem ich Voice-Aktiv... äh... Push-Loot habe. Jetzt was machen wir? Soll ich jetzt nach Berizzino ganz hochlaufen? Ich spawne das 80. Mal gerade. Und wenn ich jetzt... Ja, es ist wieder Berizzino, glaube ich. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ach... Was war jetzt eigentlich... Wir haben nach dem Gutschein nicht mehr geredet. Ich lauf' grad zur Baustelle. Ich auch. Den Gutschein hast du jetzt mal gesagt. Ja, keine Ahnung, kann ich dir überweisen. Ja, aber... Ja, kann ich dir auch diesen Modell im Grunde wieder bereiten. Ja, mir ist egal. Also du kannst auch im nächsten Modell im Grunde... Ich weiß ja nicht, wie es dir passt. Ja, von der Theorie her, wenn ich das in diesem Monat noch verkauft bekomme, das Auto wärst, dann doch wenn ich es dir jetzt überwiesen hätte. Aber da es sehr unwahrscheinlich ist, dass das passiert, könnte ich es dir auch diesen Monat überweisen. Ba, ba, ba. Dann überweises einfach. Hinter dir. Hinter dir. Nein. Hinter dir, Naruto, guck! Oh ja, du bist so ein Spacken, dass er sich nicht mal umdreht. Was denn? Was ist das für ein Bug? Punch? Boah, kennt er noch nicht. Ich geh' denn so. Hallo. Hahaha. Ja, der Typ mit seinem Trifibrillator geht mir voll auf die Säcke. Ich hab' ihm da schon ne verrottete Banane gefüttert. Und weg geht's. Geht das? Einmal punchen und dann mit Doppel-W schnell, ne? Und dann guckst du nach unten mit Alt festhalten. So oder wie? Äh, hier guck. Bald gedruckt. Drückst einmal Spannstuhl, probably. Ach so oder wie jetzt? Ja genau, jetzt machst du es hier auch. Was denn für ein Scheiß? Wenn du in den Himmel guckst und dann, wenn du in den Himmel guckst und dann guckst du und dann guckst du, dann läufst du wie ein Gehinderter. Alter, wie schnell läuft der? Ja, ne? Naruto. Alter, was ist denn das für ein Bug, ey? So laufen wir seit, weiß ich nicht, fünf Wochen. Hahaha, das ist halt extrem schnell. Drunk hat dazu gesagt, was fixst du das mal? Bis jetzt ist noch nichts in den Patchnots oder so gestanden, dass das gefixt wird oder so. Was wird das, Lukas? Mach die Gombett, dachte ich. Ein, bleib doch nicht stehen! Du bist ein Idiot. Ich hab dich gehauen. Ich hab dich auch gehauen. Ich hab dich! Run! Das war der falsche Knopf. Ne, das ist absichtlich. Alter! Du hast mich hier angegriffen. Ich hab das Essen. Hallo, ich will das Essen mitnehmen. Ich hab dich relativ viel essen und trinken. Jetzt hast du Arschkarte, Lukas. Ach, ich hab den Schraubenzieher. Das ist alles! Ah, ich hab ihn neu gedrückt. Ja, ich hab dich 지금 abgedrückt. Was? Ich hab dich jetzt überlegen. Oh, was?